Ich hab erstmal sehr lange geschlafen, dann bin ich aufgestanden und erstmal unter die Dusche gesprungen. Dann hab ich mich fertig gemacht, mich umgezogen, was Gemütlicheres. Dann hab ich mir noch schnell Boxerbraids geflochten. Dann ging es erstmal raus aufs Trampolin, damit die Haare noch ein bisschen trocknen konnten. Und leider wurde ich dann zum Wäscheaufhängen verdonnert und in der Zeit hab Papa was zum Mittagessen gegrillt. Dann hab ich meine Haare aufgemacht, die waren jetzt trocken, da hatte ich schöne Locken. Und dann ging es ab in die Stadt, um auch ein paar schöne Bilder zu machen. Danach haben wir eine Eisditte gesucht, weil es war so schönes Wetter heute. Dann ging es ab nach Hause, hab ich mir einen kleinen Snack gemacht und ein YouTube-Video für euch gedreht. Das kommt übrigens bald online. Hausaufgaben muss ich auch noch machen. Dabei hab ich mich erstmal fast verschluckt. Dann gab es auch schon Abendessen und ich hab mich noch ein bisschen was gestretcht. Hier mach ich mich jetzt auch schon wettfertig. Ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Tschüss!